Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch mein altes Handy zeigen. Das hier ist das Samsung Galaxy S9. Von vorne sieht es noch relativ normal aus, aber wenn ich es umdrehe, sieht es so aus. Vor wenigen Wochen ist mir bei diesem Handy das Backcover komplett zersplittert und einige Teile sind herausgefallen. Und der Akku hat dadurch einen Schaden genommen, sodass eine Aufladung nicht mehr möglich war. Die letzten Wochen habe ich dieses Handy im Steckdosenbetrieb genutzt. Aus diesem Grund konnte ich die letzten Wochen auch keine Videos produzieren. Jetzt habe ich aber ein neues Handy, womit ich jetzt gerade dieses Video aufnehme. Und daher geht es jetzt weiter. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Ja, da war's. Und manchmal machst du. Nein, das geht. Ich hab mir diese Tascheidens dann in meinen Augen. Das bleibt mir mega aus. Tut mir das mal. Drei mit fünf. Ich hab mir gedacht, es war ein Video. Oh, ich hab mir das gehört.